Ne, hab nix gefunden. Ich drehe mich einfach auf Stellung, glaub gar nicht. Die tiefe in der Base haben wir natürlich noch geiler. Ja, aber... ne. Aber hier können wir uns spät unser Lager bauen, weil das findet sowieso niemand hier. Wäre geil, wenn wir gleich auf eine Minute von denen stoßen und wir uns so treffen irgendwie. Wenn wir die so fertig machen, in fulltime. Ja, bestimmt haben die noch Holzschwerter. Obwohl, naja, die sind geil, so die Noobs, eigentlich. Ich glaube, tue ich ja vor ihm Angst. Marcel geht ja noch. Marcel? Ich hätte ja vor Marcel Angst, eigentlich. Ne, ich würde Plavatou, weil der spielt Minecraft schon länger. Gucken, was der mit Redstone baut. Na, stimmt. Das kann er gut. Ich glaube, Marcel ist aggressiver. Aber ich trau mich nicht alleine zurück. Oh, jetzt ist es so schlachig. Ich geh einfach. Mir auch scheißegal. Ich komm mit. Ne, nix. Scheiße, jetzt finden wir dich zurück. Einfach geradeaus. Ich glaube einfach, ich hab den geradeaus gegangen. Ne, warte doch, hab ich. Warte mal, dann müssen wir hier links. Hier links, hier links, ja. Ist ein Fail, ne? Ne, ich glaub, hier ging's nicht weg. Lol, wo sind wir denn hier gelandet? Achso, wir sind hier... Oh. Jetzt verstehe ich. Wir müssen uns mal Schilder stellen. Ja, hier lang, hier lang. Also ich bin, ich... Achso, wie... Wollen wir jetzt mal gucken, wo die sind? Ne. Wenn es Tag ist, geh ich raus. Guck mal nach der Farm. Ja, wollt ich auch noch machen. Ich komm mit. Es ist nix. Alter, das dauert immer so ewig, ey. Ich hab... Ich hab nur einen Hunger bei ihm. Volles Leben. Ich möchte was essen. Ja, ich esse auch mal was. Wir essen jetzt alles auf, was wir haben. Ich krieg die Schecken. Ich ess Brot. Okay, das ist gerecht aufgeteilt, wenn ich das Brot bekomme. Oh, wir haben zwei Eier. Wenn wir Glück haben, spornt da was draus. Achso, ich bin voll. Mit vier Brot macht man sich genau voll... Fail! Ja! Cool. Wir werden's auch einfach hier unzüchten können, aber egal. Nein! Ich wäre hier... Oh, Gott, genau. Mal gucken, ob ich voll gehe. Ich geh, glaub ich, nicht voll. Doch, ich geh auch voll. Wollen wir? Cool. Warte, erst mal Sachen wegtun. Ähm, Steinen, Steinen, Steinen... Wollen wir nicht lieber Steinschwerter nehmen? Ja. Ne, nein. Sagt doch nicht die Wahrheit. Ja, ist erst mal... Ach, da ist die Kiste! Ja. Wollen wir nicht Steinschwerter nehmen? Ich packe erstmal alles rein, was wir nicht brauchen. Nein, hier im Eisenschwerter. Obwohl. Zum Erkunden. Ja, zum Erkunden auch. Ja, ich weiß nicht. Wollen wir jetzt... Wenn wir auf sich trennen... Ihr habt unseren Baum schon gefunden. Okay. Wie geil. Ne, bestimmt hat das nur zur Tarnung gesagt. Ich geh jetzt raus und mach, die kommen... Nein, wollen wir jetzt mit Eisenschwerter und noch ein bisschen machen, oder wollen wir nur auch... Ich geh mit Steinen. Ich geh mit Steinen. Die machen uns nicht, locker nicht. Ich komm auch mit Steinen. Ne, ich nehm Eisen mit. Ist scheißegal, wenn ich mal Eisen verliere. Du stirbst sowieso schneller als ich. Ne, also früher... Ja, ich weiß nicht. Das ist Wechselauf. Manchmal bist du einfach der... Das ist perfekt. Wir gehen an der Küste lang. Ja, an der Küste sind wenig. Wir müssen uns aber hier wieder herfinden, ne? Ja, ich find den Weg, solange das Ding offen ist. Wenn's true ist, find ich's nicht. Mach's, schreib dir mal die Koordinaten auf. Minus 193. Ey, Junge, wenn wir an der Küste längs gehen, find ich das immer. Ich hab nen Zettel. Ich brauch nen Stift. Stift. Stift oder Zettel. Nein, beides. Nein, ich hab noch eins. Hey, das mag ich. Wenn wir an der Küste längs gehen, find ich das immer. Nur um Sicherheit. Minus... Ich schreib's auf. Gut, schreib's auf. Warte, ich... 90. Minus 66. Und deine... Und deren Koordinaten schreib ich mir auch auf. Was hast du schon gemacht? Warte, ich baue hier den Sandblock hin, sozusagen. Damit wir wissen, wo's ist. Das sieht ein bisschen fällt aus. Aber warte, nicht sprinten und verbannen wirklich. Lass die wir langsam gehen. Der Langsamangriff. Ja. Und der Eisenschwert schon ausgerüstet haben. Lass auf den Baum gehen und dann nicht von irgendwo Kundschaften, ne? Vielleicht ich halt mal die auf den Baum. Ja, lass mal auf den hohen Baum gehen und mal ausgucken. Das wäre eine geile Idee. Ja, eher auf den hier zu klettern. Wollen wir schnell ein bisschen Dreck abbauen vielleicht? Nee, lass engen Hohnen. Ist der hier hoch? Der ist nicht hoch. Egal, wir gehen mal rauf. So, da kommen wir ja perfekt drauf, egal. Aber hier oben kommen wir nicht weiter. Wir bauen hier das Holz ab. Oh. Hätten uns eine Haxe mitnehmen sollen. Das ist im Dschungel eigentlich ziemlich... Ach, du bist so dumm. Ich hab mich auch gehört. Na gut, weiß ich. Warte, hör auf. Hör auf. Hör auf, ich sterbe. Hör auf, ich hänge grad fest, ne? Ich auch. Hör auf mich zu schlagen. Hör auf mich zu schlagen. Hör auf mich zu schlagen. Oh Gott, drehen dir die Augen. Hör auf mich zu stark. Wie schnell fließen die. Alter, wie viel Scheiße ist das? Flieg mal schnell. Ich flieg nicht, es sterben mir halt, wenn es sein muss. Ich seh gerade nichts, weil meine Augen schon einfach drehen. Ja, ich muss jetzt auch auf das Problem. Warte, musst du auf? Nein, ich stecke hier fest. Ja, ich stecke hier auch fest. Hör auf mich zu schlagen. Nein, du machst dafür jetzt nicht töten. Ich komme hier nicht raus. Ja, okay, gut, wir haben eine Base gefunden. Komm, wir bleiben jetzt hier. Waren wir sich gemütet? Lass auf, ich möchte das Mod nicht hören. Einer muss jetzt Dings. Was? Einer muss hier einen, der sich töten lassen. Nein, wir können jetzt einfach, wir gehen auf, wenn wir das so verdauen. Okay. Wir machen das so. Nein, wir gehen jetzt einfach auf, vielleicht geht es ja, wenn wir wieder on-callen. Wir gehen jetzt erstmal auf und bleiben hier stecken. Nein, ich muss nicht. Nein, wir gehen jetzt einfach auf, vielleicht geht es ja, wenn wir wieder on-callen. Nein, wir gehen jetzt einfach auf, vielleicht geht es ja, wenn wir wieder on-callen. Okay, das muss ich, ich töte dich. Nein, 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 halt, stopp, halt, nein, nicht töten. Doch, wir dürfen. Warte, ich lief mal kurz, vielleicht geht es dann, ja. Ach genau, einer lief. Oh, wie schlau sind wir. Ja, ich warte, ich habe es gerade versucht. Lass mich, jetzt bin ich auf dem Baum. Der und ich will, oh. Ich auch. Lass mal, jetzt stecke ich hier einen Baum fest, danke. Ich, du bist oben bei mir. Ja, ich stecke hier fest. Oh, jetzt geht's. Nein, nein. Alter, jetzt hab ich aus dem Fliegen, ich mach doch so flex. So, jetzt komm ich, warte. Digga, jetzt darf ich das Holz hier abbauen, danke, ey. So, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. So sehen wir sie von hier. Hallo, Lender? Oh, müde dich nicht, wenn wir auf mussten, geh auf, aber bitte müde dich nicht, das ist kacke. Wir sehen sie nicht von hier. Nein, ohne. So, ähm, ja, ich sieh sie auch nicht. Lass mal auf den nächsten Baum gehen, ich hab ein Holz, damit können wir viel machen. Nein, ich hab vier Holz. Nein! Nein, ich hab das Holz weggeworfen. Ey, was ist los, ey? Du hast das überlebt, Mann. Dann springen wir nicht, drauf, nicht runter. Ich habe selbst schon, wenn ich zurückfinde, ist du... Warte, jetzt ist es alleine, jetzt können wir uns schnappen. Ja, deshalb, deshalb bin ich runtergesprungen. Warte, ich komm, aber ich geh, ich geh in den zivilisierten Weg. Ich mach jetzt volle Attacke auf dich. Warte, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Ich bin Bambus. Bambus, achso, warte, ja, warte, warte, bleib stehen, ich seh dich, bleib stehen. Warte, wie ich jetzt mal runterfalle. Wie wär's, wir beide eine halbe Stunde feststecken. Weißt du, beide können gleichzeitig, woraus ergibt sich was Gutes, ich falle runter und ich hab das Holz. Ja, ich lass den Holz fallen, du hast. Ja, meistens, weil niemand damit gerechnet hat. So, jetzt bleib mal stehen. Hallo, ja, du bleib mal stehen. Ich weiß nicht, wie kacke das ist, wenn du mal wegläufst. Das geht gar nicht. Jetzt hab ich dich verloren. Rechts. Rechts, wie rechts? Rechts gehen, ah, hier oben, 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 links. Oh, war hier nicht unsere erste Base? Ja. Alter, Leute, ein Huno. Aber wir wissen, sind auf der Insel mit dem Berg in einem Baum. Höchstwahrscheinlich in einem Baum. Und Marcel ist gerade alleine. Was? Junge, müde. Dann Fluss-Style. Wie Fluss-Style? Was, was ist los? Ich glaube, ich hab's auch nicht mehr getan. Jetzt steigen wir jetzt mal in dem Gun-Mod, der ist schon Style. So wie ein Name, irgendwie. Spawn. Was? Spawn? Was willst du? Ich bin beim Spawn. Wer ist beim Spawn? Ich. Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Und müde dich bitte. Ich mach das Netflix-Trem. Lol, weil die jetzt müssen wir auffassen. Weil wir jetzt können... Ich glaube, die sind da ganz oben auf dem hohen Baum da. Lol, dass der eine Baum sieht doch richtig kack aus. Dann haben sie doch locker wir selbst gebaut. Ja, gut. Lelda Lennart. Wartet? Wie wartet? Ja, Mann. Lass mich allein. Jetzt lieb ich auch. Oh, was los, Lahn? Was los? Oh, Lenn. Ich sehe sie. Ich sehe sie. Wo? Ich sehe sie. Da drüben, da drüben.